Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, das ist Melle. Ich werde sie heute zum ersten Mal schminken bzw. ich werde heute zum ersten Mal überhaupt jemanden schminken und ich bin richtig gespannt wie das aussehen wird. Ich hoffe gut. Sowieso. Sie hat eine richtig gute Haare. Das ist eine gute Arbeits-Base. Und genau, wir fangen direkt an. Man sieht mich ja gar nicht. Also man wird mich jetzt nicht mehr sehen, nur noch diese Hälfte. Deshalb wundert euch nicht. So, ich benutze einfach dasselbe, was ich auch bei mir benutze. Ich benutze ja keinen Primer, sondern einfach so eine Feuchtigkeitspflege. Das ist die hier von Cetaphil. Ich habe meine Hände gewaschen, ja. Nicht, dass du dich wunderst. Juuu. Jetzt hast du kurz mein Gericht drin. Juicy. Ey Leute, ich bin kein Make-up Artist oder was auch immer. Kann ich auch gar nicht sein, wenn ich die zuerst verschenke. Also, falls ich irgendwelche Handbewegungen falsch mache oder anders mache. I'm not a pro. You're the pro. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, ne. Ui, Mann, wie süß. Okay. So. Ich würde sagen, wir fangen an mit Foundation. Jetzt muss ich einen erstmal passenden von dich und finden, Alter. Gucken wir einfach. Oh Bitch, das ist mega dunkel. Ja? Guck mal. Tschüss. Jawohl. Ich glaube, ich muss es ein bisschen mit was helleren mischen. Welches du? L'Oreal Perfect Match. Und Fenty Beauty. Ich mische die beiden einfach zusammen. Mhm. Ich glaube, sie ist so eine Mitte daraus. Das ist halt nicht. Guck mal, ich zitter voll. Du bist so. Ich überlege auch, ich... Ja, doch, ein Beauty-Blender, ne. Also, ich hab jetzt die beiden zusammen gemischt und... Ich trage das jetzt so auf. Oh Gott, weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ne. Ich mach einfach spontan. Lach mich. Das wird sich voll schön, Mann. Wenn man es nicht selber macht. Ja, ne? Mhm. Ich denke, Kim Kardashian-Lifestyle. Jem, jem. Kommt es hin, von der Farbe? Ich finde schon. Ich glaube, es ist ein bisschen dunkler, aber... Bronzer und so regelt das schon. Bronzer ist live. Wah. So. Foundation sitzt, würde ich mal sagen. Yeah, man. Das habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen. Fettkopf, Alter. Okay, als nächstes kommt ein Concealer. Ich glaube, der ist ein bisschen zu dunkel, aber ich bin mir nicht so sicher. You can try it, bitch. Kann ja auch ein bisschen, wa? Also, ich benutze den Concealer von MAC Evolution, wie immer. Den Concealer in Define in der Farbe C8. Das wird jetzt auch verblendet. Ey, wenn ich das gut hinbekomme, dann... Maschallah. Da schwinge ich dich zum Abschluss, weil... Wann hast du denn Abibahl? Ähm... Ich glaube... Wann hat man? Ich glaube Mitte Juni oder so ungefähr. Mhm. Kannst du mich und meine Schwester machen. Ja, man. Warum nicht? Weißt du schon, was du anziehen wirst? Das ist wahrscheinlich... Ähm... Kleid. Definitiv. Mhm. Aber... Ich überlege noch, welche Farbe. Entweder Weinrot oder... Classy-Schwarz. Weinrot? Oder schwarz. Langes Glätt? Ich denke schon, oder? So Body-Boot-Ton vielleicht. Ich würde auch... Wenn ich Abibahl hätte, würde ich auch so ein langes. So Prinzessin-mäßig so. Oder? Oder ist es nicht mehr so? Ich weiß nicht. Also... Oder ziehen die sich jetzt alle so sexy-mäßig dort ab? Wirklich? Niemals. Doch, schon. Die meisten. Ich dachte, das ist mal so wie früher, sag ich mal. Weißt du auch so. Also so meinst du? Nee, nee. So romantisch. Also manche übertreiben wirklich weil, so dass sie sich Kleider vom Piepenklappentopf wollen. Ja. Aber warum nicht? So ein Einmal in dein Leben, oder? Ja. Aber dann gibt es ja noch so welche wie wir, die holen sich einfach so... So Hot-Trade-Salons von Türken, oder? Ja. Oder halt jetzt auch in anderen Shops. Wie Fashion Lover oder Shein. Stimmt, Fashion Lover hat ja auch gute Sachen. Mhm. Und sind eigentlich voll schön. Oder vielleicht auch sogar Rosé. Ja man, oder so ein altrosa, weißt du was ich meine? Mhm. Ist auch für die schöne Farbe. Concealer haben wir. Jetzt wird abgepudert. Dafür benutze ich meinen Ben Nye Puder in der Farbe Fear. Leute, falls ihr auch, ups, falls ihr auch so braun seid wie wir, halt so einen Hautton habt, braucht ihr wirklich keinen Angst haben mit dem Puder. Da steht zwar viel, aber das ist so gut, das neutralisiert irgendwie die Haut richtig. Und macht die irgendwie nicht so aschig. Weil es hat so einen lechten rosa Stich, weißt du? Und es lässt sich frischer wirken. Mhm. Ich liebe dieses Puder. Also dieses Banana? Genau, das ist auch von der Marke. Aber es ist halt viel und es ist halt besser, weil dieses Banana Puder lässt sich gelb wirken und krank, weißt du? So, ich pudere erst mit deinem Gesicht, wa? Und ich würde auch jedem empfehlen sich sowas zu holen, glaubt mir. Das ist so gut. Viel besser als ein Pinsel, weil das presst wirklich das ganze Puder in dein Gesicht rein. So, merkst du? Mhm. So wie ich das reindrücke und es bleibt auch dort beim Pinsel. Ich finde es immer so oberflächlich, ich weiß nicht. Mann, wie ich abpuder, Alter. So wie ein Whisky von Superman. Okay, jetzt welken wir eigentlich mal den Augen. Ich hab immer voll so, ich will mal so deinen Kopf nehmen irgendwie. Aber man darf das ja gar nicht. Ich bin voll dran gewöhnt. Aber sonst hast du eigentlich jetzt zwar noch zu dir so zu fliegen? Eigentlich nicht so du. Wahrscheinlich eine Woche im Juli. Ja, vielleicht eine Woche. Aber es kommt drauf an. Also es kommt drauf an, wer da ist. Bei mir. Ah ja. Und ob wir ein Auto haben. Weil ohne Auto wird es sehr kritisch bei mir auch. Also ich würde diesmal safe eins mieten. Ja? Ja. Ja. Ihr wollt doch eigentlich zu uns kommen, oder? Mhm. Also wenn ihr ja Platz habt. Ja bestimmt. So. Soll ich die Chappen machen? Ja, ne? Oh mein Gott, jetzt kommt die Chappen. So Leute, während wir baken, habe ich mir eine Palette ausgesucht. Ich werde die Huda Beauty Nude Palette nehmen. Ich habe noch gar keinen Plan, was ich schminken werde. Oder welche Farben. Aber mir wird schon irgendwas einfallen. Ich werde auf jeden Fall in Richtung Glitzer gehen, denke ich. Auf jeden Fall Schimmer. Irgendwas, was... Ja, ich liebe einfach Glitzer, ne? Also wenn ich mich wirklich immer schminken, dann muss Glitzer dabei sein. Oder irgendetwas, was schimmert. Okay. Nee. Nee, nee, nee. Erstmal brauche ich eine Base. Ich benutze wieder meinen Make-up Evolution Concealer. Und trage das aufs komplette Auge hoch. Guck mal jetzt noch rum. So, das wird jetzt meine Base. Da, 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 wo ist dieser Pinsel? Und dann tupfe ich das ein bisschen ein. Sorge scher, wenn es irgendwie weh tut oder so, ne? Nein, nein, alles gut. Also chill, aber ich lebe. So, mach mal. Alles gut. I trust you. Aber so... Am Ende sehe ich aus wie ein Kleiner. Ja, aber schön. Immerhin. Stimmt, von so könnte ich dich eigentlich auch schon... Boah, das ist ja richtig hart. Der Concealer trocknet voll schnell bei dir. Okay, soweit so gut eigentlich. Ich nehme das Gewelkte weg. Ich will nicht so lange wägen. Weil du willst ja auch noch am Tage raus. Ich hab Angst. Mal antrieg mich drauf, dass es nicht mein Gesicht sieht. Okay, Leute. Ich hab die eine Seite jetzt schon mal fertig geschminkt, weil... Das sah halt nicht so gut aus. Ich könnt halt nix sehen in der Kamera. Und so sieht das erstmal aus. Guck mal nach unten. So. Okay. Ich will jetzt die andere Seite schminken. Und ich hoffe, ihr könnt es dann auch sehen. Weil halt, wenn ich sie geschminkt habe, hat man die ganze Zeit nur meinen fetten Arm gesehen. Weiter zur Türsteuer. Lüß. Das hat einfach keinen Sinn gemacht. Aber jetzt... Ich überleg gerade. Soll ich dann wieder so... Ich glaub... Scheiße, warte. Reine auseinander. Ja, ich glaub, so würde man was sehen. Ich geh in die Farbe Teddy. Das ist dieser Braunton hier. Okay. Warte, das hat ein bisschen gecreased. Leute, achtet darauf, dass eure Base wirklich glatt ist. Und nicht gecreased oder was auch immer. Weil... Die Base ist das Allerwichtigste. Wenn die Base scheiße aussieht, dann sieht das ganze Make-up scheiße aus. Dann war das nur so, wirst du. Ist so. Die haben hier irgendwie... Ey, diese Pollenallergie, ne? Ich leg gerade richtig bei mir ein. Hast du Allergie? Ja, mein Fenster ist gerade auf. Oh Gott. Okay. So. Ey, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch so hinkriege. Okay, gut. Also ich verteile das jetzt einfach ganz grob aufs ganze Auge. Versuche aber wirklich nicht zu hoch zu gehen und nicht zu tief. Also versuche wirklich in der Lidfalte zu bleiben. Leute, das fühlt sich so angenehm an. Schläf dir fast weg, Alter. Ich gehe jetzt in den Ton rein, der heißt Paint. Und verteile es dann auch in meine Lid... äh, in deine Lidfalte. Als ob ich ein Make-Up-Video gerade mache. In deine Lidfalte. Okay, die Seite ist echt schwieriger, ne? Ja. Ich merke auch von meinem Körper so. Ich habe nur Linkshänder. Eigentlich die Seite ist pappel. Was? Hier ist Glitzer runtergekommen. Wo? Auf der Seite. Bitch! Hammer. Aber egal, weil dort ist eh Schimmer. Mhm. Deshalb habe ich jetzt einfach rübergemacht mit dem... Also ich habe jetzt nochmal Schimmer raufgetan. Und jetzt geht es eigentlich mit ein bisschen Glitzer, aber... Egal, wir machen es am Ende. Ich gehe jetzt nochmal in die Farbe Spanked rein. Damit die Farbe zu intensivieren. Jetzt mische ich die Farben Love Bite und... Rau. Auf jeden Fall so ein dunkler Braun-Ton. Ne, Rau. 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 Oh mein Gott, nie ist feinlich. Rau. Englisch und flieg. Was? Und erzähl mal, was machst du? Hast du jetzt schon Pläne wegen Studium und so? Maybe Richtung Mode-Management. Mhm. Und... Ja, also je nachdem. Man muss gucken nach, was für Studiengänge es gibt. Die meisten sind ja privat und so. Was ich dann machen will. Es wird dann schwer sein mit Finanzieren. Echt? Mhm. Was denn zum Beispiel? Was meinst du? Also welche Richtung noch? Du meinst jetzt die anderen sind privat? Also ich habe mich bis jetzt nur über Mode erkundigt und so. Ach so, es gibt mehrere, die das anbieten. Mehrere Schulen. Meinst du? Ja. Die bieten das halt nur privat an und das kostet eine Menge Geld. Ich gehe jetzt in Teddy. Teddy? Teddy. Das ist dieser Ton hier. Mit diesem Pinsel. Und verblende nochmal Kanten hier oben. Ja, mein Gott, Alter. Macht das auf jeden Fall, ne? Aber es gibt kein duales Studium oder so? Und was? Aber ich weiß nicht, ich glaube es wird schon schwer sein, um so eine Plätze zu finden. Mhm. Und hier in Berlin gibt es nicht so viele Schulen, die das dann anbieten. Ich dachte immer, Berlin ist so, du weißt so Großstadt, wir haben alles. Ich dachte schon. So, jetzt geht es weiter mit einem Cut-Crease. Was auf dieser Seite hinbekommen. Ganz okay. Nein, das sieht gut aus, leider. Oh, mein Bauch koche ich nicht. Oh. Excuse mein Bauch, aber der muss auch in die Kamera. Vor allem auch so Großbildaufnahme. Das ist der fünfte Monat. Foodbaby is coming. Nein, ich war es einfach fett. Mhm. Gott. Okay. Oh Gott. Vor allem, ich habe richtig den Kopf so genommen, ne? Weil ich richtig, weil ich nicht wusste, wie ich es mache. Und ich war halt still, du bist. Okay. Also, ich mache immer, wie bei mir, einfach so ein bisschen Concealer. Und dann lasse ich sie nach oben gucken. Guck mal nach oben. Mhm. Und dann weiß ich ungefähr, wie hoch das ging. Und dann male ich halt so einen Bogen. Ich habe jetzt irgendwie verstanden, aber... Aber ich werde noch ein bisschen mehr nehmen. Okay. Oh Gott, nein. Scheiße. Oh Mann. Weil ich so ein Geräusch gemacht habe. Einfach aus dem Nichts. Gewölbs. Boah, ich brauche zehn Jahre. Bei mir drei Sekunden Cut-Resister. Ja. Wenn er ein guter Typ sein will, dann braucht es auch lange. Aber ohne Spaß, von oben ist irgendwie einfacher. Ja. Okay, einmal ein- und ausarten. Ich habe es nämlich geschafft. Es ist ein bisschen komisch, aber... Sei Maschallah. Ist doch ganz okay. Okay. Jetzt next. Jetzt gehe ich wieder in Raw und Spanked. Und trage das auf... Wie nennt man das? Ich weiß nicht, wie das heißt. Waffen. Äh, hier. Also hier auch. Ich habe gerade voll vergessen, wie das so heißt. Ich habe leider auch keine Ahnung. Außenseite? Nee. Ey, ich weiß wirklich nicht mehr. Egal Leute, ihr wisst. Ihr könnt es sehen, ne? Seht nicht doch. Und bleib auch auf dieser Stelle und mache so kreisende Bewegungen. Und gehe dabei auch ein bisschen in Cut-Res rein. Dann nehme ich mir diesen kleinen Pinsel. Fokussiert. Es geht fokussiert trotzdem. Hallo. Ist er jetzt fokussiert? Ja. Dann nehme ich mir diesen kleinen Pinsel. Und gehe in... Also gehe auch in Raw und... Äh... Love Bite. Ups, ich meinte voll in Love Bite nicht Spanked. Sorry. Und konzentriere mich auch hier. Auf derselbe Stelle. Gehe aber noch ein bisschen höher. Um das zu vertiefen. Also einfach genau da, wo die Cut-Crease anfängt. Und das mache ich jetzt nochmal. Dann gehe ich in Teddy mit diesem Pinsel. Und verblende... Ups, falsches Pinsel. Wo ist der Pinsel? Äh... So, doch. Das war der... Das war doch der Pinsel. Oh mein Gott. Ja. Und verblende einfach die beiden Farben zusammen. So. Dann gehe ich in die Farbe Daydream. Das ist dieser Schwimmerton hier. My Favorite. Gehe mit dem Pinsel rein. Und dann sprühe ich erst. So habt ihr einen besseren Effekt. Kriegt mehr Farbe. Oh mein Gott. Der Concealer ist noch nicht trocken. Bitch. Wenn ihr zu viel Concealer habt, dann müsst ihr das... Einfach ein bisschen... Kann ich meine Hand auch sehen. Zweiter Versuch wieder in Daydream. Jetzt gehe ich in die Farbe Tickle. Und platziere die Farbe genau hier in die Mitte. Um einen schönen Übergang zu schaffen. Denn das würde ja nicht so abgehakt aussehen. Es ist so schwer, kleine Pinsel zu finden. Wirklich? Mhm. Gibt es nicht immer so eine große Auswahl? Bento Glass und so? Ja, so richtig. So einen kleinen Mini. Der ist einfach No Name. Ja? Ja, Mann. Der ist so gut. Ohne den könnte ich fast gar nicht schminken. So, ich gehe nochmal wieder in dieses dunkle Lila. Also Love Bite und Raw rein. Und platziere das hier. Weißt du noch nicht, wie das heißt? Das wird bestimmt heute Abend einfallen. Weil das Video schon zu Ende gedreht ist. So, das war es jetzt erstmal soweit. Da sind die auch später. Falls wollen. Ich würde jetzt hier nochmal. Mal nach oben. Wir hätten erst die Augen machen sollen, merke ich gerade. Weil hier so ein bisschen Farbe ist. Aber egal, machen wir einfach nochmal Concealer drauf. Juckt nicht. So. Jetzt benutze ich diesen Glitzer Eyeliner. Der fokussiert nicht gerade. Er fokussiert die ganze Zeit auf ihr Gesicht. Ja. Auf jeden Fall. Der ist von AliExpress. Ja, ich würde euch den einfach verlinken in der Infobox. Falls den jemand auch haben möchte. Der war echt nicht teuer. Ein Euro oder so. Krass. Guck mal an die Kamera. Ja, Mann. Gratulatur. Mein Gott, eigentlich ist das voll gut geworden. Das ist nicht eigentlich sehr gut geworden. Also ich liebe das Ergebnis. Guck mal, Inspiration von meinem Stift. Ja, Leute. Sogar ein Stift aus Glitzern. Das hat alles vorausgegeben. So bin ich zur Schule gegangen. Mit meinem Stift. Das war meine einzige Motivation. Schöner alles. Hätte noch gefehlt, dass deine Hefte aus Glitzern wären. Boah, hab ich immer geblieben. Leute, sogar Handyhülle. Ja, guck mal. Schöner. Was wäre ein Look ohne Lashes? Oh, shit. Leute, ich wollte euch kurz sagen. Ich frag mich ständig, woher ich meine Wimpern habe. Ich kann es euch nicht beantworten. Das Ding ist, meine Freundin, Flavia, hat halt einen Onlineshop auf Insta. Und dort hat sie die halt alle verkauft. Aber sie hat gesagt, sie hat keinen Bock mehr. Und will jetzt erstmal keine Seite mehr führen. Und verkauft halt erstmal keine Lashes. Deshalb kann ich euch echt nicht sagen, woher die sind. Weißt ihr? I'm sorry. Guck mal, ey, sie ist so süß. Sie motiviert mich schon die ganze Zeit. Du schaffst das, du machst das. Achso, ich benutze den Duo-Kleber. Falls das jemand interessiert. Ich weiß ja nicht. Oh Gott, ich hab Angst. Guck mal. Guck mal nach oben. Ich glaub, du bist die ganze Zeit am Lachen, ja? Guck mal nach oben. Guck nach oben. Guck. Nicht, dass du jetzt in das Auge stichst oder so. Oha, so bin ich vertraut sie mir. Guck mal, ich hab so eine kleine Geheimwaffe. Geheimwaffe. Nein, wusste, das Teil ist weg. Und zwar, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber es ist halt wie eine Wimpernsange. Aber speziell für Fake-Wimpern, damit es sie mit den echten Wimpern nochmal zusätzlich zusammendrückt. Wobei, sie hätte voll Angst. Oh ne. Okay. Guck mich mal so leicht an. Das ist keine Angst haben. Hara. 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 Guck mich an. Ich guck mich auch an. Das ist nicht einfach. Meinst du für mich oder für dich? Für mich auch. Oha, was ist denn passiert, ey? Wie ist denn das passiert? Guck mal, Leute. Ich mach gleich Yoga. Hara. Einmal man sieht das ganze Video über dich meine Fresse. Das erste Video. Das erste kommt zum Schluss. Leute. An die Leute, die mich hassen, ihr könnt das Video gerne gucken. Man sieht mich nicht. Man hört mich nur. Perfekt für euch. Alter, wie mach ich das denn? Ich krieg gleich den Hubsig raus. Ich hoffe, du musst euch wieder deine Geheimwaffe anweisen. Ja, doch. Guck, was ich vor mir ist nicht. Du bist nicht. Hara. Guck mich mal leicht an. Du weißt, was ich meine? Nee, tiefer. Tiefer. Ja, genau. Gib mir diesen Blick. Schlafzimmerblick. Los. Mach ich doch. Ach so. Soll ich noch mehr? Ja. Nein, runter. Ja, so, perfekt. Ja, so, so. Ja, bleib so. Mit den Augen sind wir fertig. Ah, wir müssen auch einen Bronzer auftragen. Mann. Kann ich das vergessen? Ich hab immer gedacht, du heiratest. Das ist ja immer ehrlich. Sonst ist sie nie so geschminkt, Leute. Nie. Ich will anders sein. Das habe ich gerade richtig so. Oha. In ihrem Feeling. Weil ich sie noch nie so gesehen habe. Aber steht dir auf der Maul? Ich mache jetzt kein richtiges Contouring, aber so ein bisschen schade. So, dann sprühe ich mit meinem Prime Water. So, oh mein Gott, Lippen mal, Alter. Ich hab mir das zu trauen. Ich hab mir das zu trauen. O-oh. Oh, oh. Was hast du gemacht? Das ist auf mein Alkohol. Lecker. Ich hab mir das zu trauen. Das ist super. Oh mein Gott, das ist wirklich leer. Hallo? Nein, wer hat den hier? Der ist einfach leer. Ich hab den vor kurzem gekauft. Aber okay, ich bin wirklich dran. Ich glaube auch du. Ich glaube, man muss bis in die Dippen so. Ja, nicht so krass, aber... Schon. Der ist voll schwer. Alter. Alter, lass auf. Ich muss mich umsetzen. Ich geh mal deinen Laugh-Dance. Ah! Vielleicht mit oben, oder? Nein. Oder? Neue Taktik, Leute. Von oben. Bitch, geht doch. Teilweise. Zehn Jahre und Kleiner. So, das ist der Liquid Lipstick von Ofra. In der Farbe Mocha. Mocha. Wie wieder diese Position. Nein, jetzt geht's nicht so. Richtig übertrieben gut. Ja? Ich muss sagen, Lippenmalen ist schwieriger als Home-Make-up. Komm jetzt zum Lipgloss. Ich weiß immer noch nicht wie der heißt. Nach tausend Jahren. Guck mal, wie der aussieht. Ah, der ist von Catrice. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, wir haben Blush vergessen. Blush von Milani. Scheiße, Akku ist gleich leer. Highlighter? 2,6? Yes. Jetzt kommen wir zum Highlight. Mmh, Carly Bible Palette ist am Start. Hier einfach in diesen hellen und einfach in diesen rosa Monoton. Form. Man sollte schon im Blitz sein, oder? Ja. Mmh. Stimmt so. So Leute, das war's mit dem Make-up. Oh mein Gott, ist es viel besser rausgekommen, als ich mir vorgestellt habe. Und ich bin so zufrieden. Like. 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 So, ich zeig euch das mal so, damit ihr es noch besser sehen könnt. Oh mein Gott. Ich finde, es ist voll gut gelungen für mein erstes Mal. Finde ich auch. Okay, das Licht ist gerade ein bisschen blöd. So. Mein Gott. Sieht so wunderschön aus. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr das Make-up findet. Ob ihr es gut findet oder nicht so. Und gefällt es dir? Ja, mir gefällt. Ja, mir gefällt. Mein Gott. Steht übertrieben. Halt auf, du. Bis zum nächsten Mal. Bye. Bye. Bis zum nächsten Mal.